Haben Sie es schon probiert? Die neue Rittersport? Schauen Sie mal. Der Trick mit dem Knick und die Masche mit der Tasche. Praktischer und moderner geht es wirklich nicht mehr. Schauen Sie nochmal, das macht richtig Spaß. Der Trick mit dem Knick und die Masche mit der Tasche. An Sie gedacht, für Sie gemacht. Rittersport, was sonst?